Mama, war ich immer so glücklich wie Johnny, als ich ein Baby war? Ja, war ich. Nun, ihr beide wart die meiste Zeit glücklich. Wirklich? Wirklich? Aber ihr wart glücklich nicht die ganze Zeit. Glaubst du, Johnny ist jetzt glücklich? Er sieht auf jeden Fall so aus. Nun, warum fragen wir ihn nicht? Ja! Johnny? Wenn du glücklich bist und weißt, das klatsche dann. Wenn du glücklich bist und weißt, das klatsche dann. Wenn du glücklich bist und weißt, ist dein Gesicht sicher zu zeigen. Wenn du glücklich bist und weißt, das klatsche dann. Ich bin dran. Wenn du glücklich bist und weißt, das schampt der Füßen. Wenn du glücklich bist und weißt, das schampt der Füßen. Wenn du glücklich bist und weißt es, dein Gesicht wird sicher zeigen Wenn du glücklich bist und weißt es, schaumverfüßen Wenn du glücklich bist und weißt es, wirf ein Kuss Wenn du glücklich bist und weißt es, wirf ein Kuss Wenn du glücklich bist und weißt es, dein Gesicht wird sicher zeigen Denn wenn du glücklich bist und weißt, es wirf ein Kuss. Was haben sie alle vor? Wir fällen heraus, ob Johnny glücklich ist. Nun mal sehen. Wenn du glücklich bist und weißt, es wackelt mit Nase. Wenn du glücklich bist und weißt, es wackelt mit Nase. Wenn du glücklich bist und weißt, es dein Gesicht wird sicher zeigen. Wenn du glücklich bist und weißt, es wackelt mit Nase. Was ist hier los? Wir testen Johnny, ob er glücklich ist. Er gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wenn du glücklich bist und weißt, es klatscht die Knie. Wenn du glücklich bist und weißt, es klatscht die Knie. Wenn du glücklich bist und weißt, es dein Gesicht wird sicher zeigen. Wenn du glücklich bist und weißt, es klatscht die Knie. Nun, es ist offiziell. Johnny ist glücklich! Wenn du glücklich bist und weißt, es wackelt mit Nase. Ja, Papa! Ha, ha, ha! Nun, wie um alles in der Welt hat Johann das gemacht? Ich denke, wir könnten einen weiteren Superhelden in der Familie haben. Oh, oh! Vergessen Sie nicht, Leckereien für Papa, Hucki und Boki zu kaufen. Okay, Mama, Papa liebt Gummibärchen. Baby Johann, ja, Mama. Bist du Gummibärchen? Nein, Mama. Bist du sicher? Ja, Mama. Öffne den Mund. Ha, 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 ha. Das ist ziemlich gut, Johann. Baby Johann, ja, Kiki. Bist du Lacrypte? Nein, Kiki. Bist du sicher? Ja, Kiki. Öffne den Mund. Ha, ha, ha! Baby Johann, ja, Kiki. Bist du Schokolade? Nein, Kiki. Bist du sicher? Ja, Kiki. Öffne den Mund. Ha, ha, ha! Heya, was ist mit meinem gelben Kaugummi passiert? Baby Johann, ja, Noah. Kaugummi kauen? Nein, Noah. Bist du sicher? Ja, Noah. Öffne den Mund. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Wie viele Finger, Johann? Johann versteht es nicht. Ich habe eine Idee. Hickory Dickory Duck Die Maus ging die Uhr hoch Die Uhr schlug eins Dann rannte die Maus Hickory Dickory Duck Eins Hickory Dickory Duck Die Maus ging die Uhr hoch Die Uhr schlug zwei Da rannte die Maus Hickory Dickory Duck Die Maus ging die Uhr hoch Die Uhr schlug fünf Die Uhr schlug fünf Die Uhr schlug fünf Hickory Dickory Duck Die Maus ging die Uhr hoch Die Uhr schlug fünf Dann rannte die Maus Hickory Dickory Duck Die Oder schlug zwei Musik Yes! Hurra! Baby, hi! Baby, hi! Lass uns Spaß haben! Lass uns Spaß haben! Mami, hi! Lass uns alle tanzen! Papi, hi! Lass uns alle springen! Lass uns alle springen! Lass uns alle springen! Lass uns alle springen! Du, 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 du! Schwester, hi! Du, 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 du! Schwester, hi! Lass uns alle springen! Lasst uns haus spielen Oma hei du 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 Lasst uns alle singen! Das ist das Ende! Das ist das Ende, das ist das Ende. Das ist das Ende! Guten Morgen, Welt! Der Bauer auf dem Feld, der Bauer auf dem Feld, Hallo und hoch und hoch, der Bauer auf dem Feld. Ja, das bin ich. Es gibt Zeit, die Aufgaben zu erledigen alle. Hallo und hoch und hoch, da ist meine Pflicht. Wir sammen alle Eier, wir sammen alle Eier. Hallo und hoch und hoch, wir sammen alle Eier. Es ist Zeit, die Kuh zu melken. Es ist Zeit, die Kuh zu melken. Hallo und hoch und hoch, es ist Zeit, die Kuh zu melken. Es ist Zeit, die Schwein zu füten. Es ist Zeit, die Schwein zu füten. Hallo und hoch und hoch, es ist Zeit, die Schwein zu füten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Hallo und hoch und hoch, es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Hallo und hoch und hoch, es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Hallo und hoch, es ist Zeit, das Pferd zu bürsten. Der Bauer auf dem Feld, der Bauer auf dem Feld, hallo und hallo und hallo, der Bauer auf dem Feld. Jihah! Danke für eure Liebenverkehrung. Die kleinen Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, keine Kätzchen mehr, springen auf das Bett. Die kleine Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, keine Kätzchen mehr, springen auf das Bett. Die kleine Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, keine Kätzchen mehr, springen auf das Bett. Die kleine Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, keine Kätzchen mehr, springen auf das Bett. Die kleine Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, keine Kätzchen mehr, springen auf das Bett. Die kleine Kätzchen springen auf das Bett, einer fiel herunter und schlung in seinen Kopf. Papa rief den Ärztin und sie sagte es, bring all diese Kätzchen wieder ins Bett. Papa rief den Ärztin. Papa rief der Ärztin. Papa rief den Ärztin und sie sagten, intensiver heroine.